Einen wunderschönen guten Tag meine werten Ladies and Gentlemen und herzlich willkommen zurück zu Bless Online. Ja, verdammt nochmal, es wurde auch mal wieder Zeit. Ich weiß, einige Leute hatten schon nachgefragt, wann gibt es denn wieder ein Video. Ja, und wir sind soweit. Es gab genug Informationen, genug Patches, worüber wir uns in diesem Video unterhalten möchten. Ja, und wir schreiben den 10.08.2018 natürlich mit dem neuesten Patch 2.001 und alles, was natürlich auch davor gewesen ist. Wie ihr seht, ich bin selbst dabei. Ich hatte in letzter Zeit echt wenig Zeit. Ich konnte es nicht so gut ausprobieren. Deswegen bin ich jetzt gerade dabei, vieles nachzuholen. Eine neue Klasse ist dazugekommen, der Assassiner. Der Assassiner, auch wenn ich jetzt aktuell ein kleines Level bin, habe ich natürlich auch seit dem Release verfolgt via anderen Livestreams oder YouTube-Videos, wo ich mir natürlich ein bisschen mal angeguckt habe, wie andere Spieler mit dem Assassinen klarkommen. Und siehe da, auch wenn er am Anfang natürlich mit Fehlern erschienen ist, wie soll es auch anders sein, wenn man es nicht irgendwie testen kann, so spielt sich der Assassiner dort ziemlich rund. Und gerade mit dem heutigen Patch mit 2.001 wurden doch einige Fehler schon behoben. Die Tooltipps wurden von den Fähigkeiten dann letztendlich angepasst oder in der Hinsicht auch verändert, wie die Fähigkeiten, die Skills selbst. Man ist direkt wieder drangegangen, man hat den Assassinen spielfähig gemacht. Und ich bin aktuell, auch wenn ich, wie gesagt, ein kleines Level bin, sehr überrascht, wie schön diese Klasse zu spielen ist. Denn auch ich bin jetzt wieder mit auf den Hypetrain mit aufgestiegen. Gut, natürlich mit dem Assassinen gab es selbstverständlich ein Level-Event. Wie soll es dann das sein? Neue Klasse, neues Level-Event, damit man ohne Probleme rucki-zucki nach oben kommt. Das haben auch viele Spieler natürlich mit Glanzleistung absolviert innerhalb von, ich weiß nicht, vielleicht sogar nur einen Tag haben sie es geschafft, auf Level 45 zu kommen. Also es war Wahnsinn. Mit was für einer rasanten Geschwindigkeit die Leute den Assassinen gepowered haben, gepowered, ja, haben, also hochgepowert haben. Und selbstverständlich sind mit zum Level-Event auch 20% günstigere Preise erschienen. Letztendlich für die Lumina, die man sich ja dazukaufen kann gegen Echtgeld, falls es den einen oder anderen halt interessiert, falls jemand aufladen möchte. Ja, ich dachte mir, ich erwähne es einfach mal. Vielleicht interessiert es jemanden. Gut, mit den Assassinen sind natürlich mit der neuen Klasse neue In-Game-Sachen dazugekommen. Ja, es geht hier um die besonderen Limited Edition Packs, wovon wir zwei unterschiedliche Pakete wählen können. Und jetzt ist ganz wichtig, es ist eine Limited Edition, das heißt eine limitierte Edition dieser Pakete. Und die sind nur bis zum 7.09.2018 erwerbbar. Man weiß jetzt aktuell nicht, ob man irgendwann anderweitig an das Mount rankommt, genauso wie an die Kostüme, an die Waffen oder an das Pad. Ja, so wie wir es hier halt haben mit den Kostümen, da ist ja auch etwas Neues dazugekommen, werde ich euch gleich noch zeigen, geht man halt nun mal davon aus, weil man halt jetzt noch keine Rücksprache oder Infos dazu bekommen hat, ob man das noch irgendwie anders erwerben kann. Fangen wir an mit dem kleinsten Paket. Das Celestial Pack beinhaltet ein Pad, ein Mount Skin, also beides, wiederum 1.200 Luminar, nicht 1.500, verzeiht an der Stelle, und 30 Tage Premium. Ja, wir wissen es ja hier, Premium, wer hat das nicht? Jemand, der sich die Collector's Edition dazugeholt hat wie ich, der da nicht abwarten konnte, der hat natürlich jetzt noch einige Tage auf dem Kasten. Und dann gibt es einmal das größere Pack, das Legendary Pack für 60 Euro. Das beinhaltet nicht nur das Pad, das Mount, sondern auch das Kostüm und die Waffe einmalig, entweder für den Assassin oder für halt nun mal seine Klasse, die er gerne spielen möchte. Mit in dem Paket enthalten sind natürlich 2.450 Luminar, eine größere Anzahl und 90 Tage Premium. An für sich finde ich persönlich, ist das eine nette Idee, ich muss es aber leider kritisieren mit den besonderen Limited Edition Packs, weil auf der einen Seite wird man hier wirklich dazu gebeten, einiges an Geld zu investieren, um an diese Pakete dranzukommen. Ich weiß nicht, warum sie es ahnlich gemacht haben, dass man das erstmal gesplittet hat, dass man mit Luminar sich hier die Kostüme und die Waffen, die Pats und die Mounts kaufen konnte, sondern dass man das direkt in Verbindung mit reingebracht hat, dass man Luminar und Premium Account dazu bekommt, um den Preis letztendlich damit erhöhen zu können. Und es geht mir auch nicht jetzt im eigenen Sinne darum, dass ich mir das nicht leisten kann, aber ich versuche natürlich viele Sachen einfach zu hinterfragen. Und da es halt nun mal letztendlich von Neowitz ein Spiel ist und die natürlich auch irgendwie Geld verdienen möchten, sind 35 Euro oder in der Hinsicht auch das große Paket für 60 Euro, ein Preis, der mit einem fertigen Spiel definitiv eins, wenn nicht sogar zwei fertige Spiele bei Steam oder bei anderweitigen Plattformen erwerbbar sind. Wir reden hier von einem Preissegment. Das finde ich schon ein bisschen heftig. Dafür, dass wir in-game, auch wenn es nicht Free-to-Play ist, wie man es halt so kennt aus Pay-to-Win-Games, hier für 60 Euro irgendwie ein Komplettpaket bekommt. Wir bekommen hier wirklich ein Kostüm-Waffen und der Bonus ist eigentlich Luminar und Premium-Account. Warum konnte man das nicht trennen oder warum hat man es nicht getrennt? Ich gehe davon einfach aus, dass es hier Marketing-Strategie ist. Man versucht hier so viel Geld reinzubekommen, wie halt nun mal letztendlich nicht geht. Gut, dann einmal zum Shop selbst. Wir haben neue Kostüme dazu bekommen, was ich hier an der Stelle sehr begrüße. Hier gibt es keine Kritik, auch wenn viele Leute sagen, der Preis ist natürlich hoch. Aber das Spiel muss ja auch letztendlich von irgendetwas leben. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass vom Celestial oder Legendary-Pack hier jetzt von den neuen Assassinen-Klamotten die Sachen mit hineingekommen wären. Aber gehen wir doch mal gucken. Wir haben das Festival-Set, wie ihr seht jetzt gerade bei meiner Assassinen, ein sehr buntes, federhaftes Fümmelchen, möchte man meinen, bei so viel nackter Haut, die präsentiert wird. Es ist natürlich hier eine Frage des Geschmacks, aber wir haben wieder etwas mal erhalten oder endlich mal erhalten, wovon wir uns dann von anderen Mitspielern ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, differenzieren können. Ich meine, es ist seit dem Release von dem Spiel im Early Access die ganze Zeit ein Problem gewesen, dass man sich irgendwie in gewisser Art und Weise von anderen Spielern ja, ein bisschen auseinandergehen kann. Ich meine, die normalen Standardsets, die man bekommen hat, die normale Rüstung, die macht nicht viel her und die meisten Spieler sind entweder selbstverständlich mit dem gewissen Kleid rumgelaufen. Das hat man des Öfteren ja sehr oft gesehen. Es sieht ja auch extrem schick aus. Ich will es ja gar nicht kritisieren. Bloß die Vielfalt, die hat natürlich gefehlt. Deswegen begrüße ich das sehr, dass hier endlich mal mehrere Kostüme dazukommen, die man natürlich auch alleine durch Spielzeit, ja, um es hier nochmal zu erwähnen, hier erwerben kann. Gut, dann einmal das Mount-Kostüm. Wir haben hier einen sehr schönen Elefanten. Es geht hier nicht um das Mount, es geht hier nur um die Kostüme. Es ist ein Skin. So haben wir hier so einen, ich sage jetzt mal, indischen Elefanten. Sehr bunt, sehr cool, finde ich. Macht auch einiges her. Und für 1500 Luminar würde ich jetzt einfach mal behaupten, ja, das geht auf jeden Fall in Ordnung. Für das Pet haben wir natürlich auch ein Kostüm. Da könnt ihr es sehen. Ich denke mal, es ist so eine Harpien-ähnliche Harpien-Mensch-Gattung. Ich weiß nicht, wie die Evolutions... Ne, fangen wir gar nicht damit an. Evolution hin oder her. Wer diese Kreaturen natürlich gerne erwerben möchte für 1500 Luminar, ja, ne, die Frage des Geschmacks, kann hier zuschlagen. Ist mit dazugekommen. Fand ich persönlich sehr, sehr cool. So, die muss ich so mal mitnehmen. So mal am Rande. Ja, somit sind natürlich noch ein paar Sachen mit im Shop mit hineingekommen. Finde ich super. Ich finde, es ist auch der richtige Weg, dass manche Leute, die natürlich dann sagen, hey, mir gefehlt ein Kostüm, sehr, sehr gut, ich will es unbedingt haben, dann hier natürlich dem Spiel einen gewissen Geld-Support bieten. Ja, wenn es hier nur ums Kostüme geht, aber wie gesagt, mit den, ja, mit dem Limited Edition Pack ist es halt leider irgendwie so ein bisschen aus den Fugen geraten, meiner Meinung nach. So, dann unterhalten wir uns über ein Thema, oh, ich darf gar nicht drauf, weil ich bin auch zu klein, ihr müsst verzeihen. Es gibt natürlich gewisse Änderungen am UI-Interface, die Dungeons sind jetzt schöner, in dem Sinne malerischer gestaltet. Man sieht, in welchem Dungeon was droppen könnte, was uns an Loot erwartet, unsere Belohnungen im Allgemeinen. Finde ich, ist eine schöne Änderung. Das ist nicht alles, die haben auch an mehreren UI-Stellen dran gearbeitet, was ich total top finde. Es wurde jetzt auch mal Zeit. Wiederum der War, ihr seht, ich darf es gerade nicht aufmachen. Wir unterhalten uns jetzt ein wenig über das PvP. Denn, ja, nach langer Wartezeit ist es endlich soweit. Es ist für mich persönlich, Moment, da juckt es mich gerade. Für mich persönlich ist es nichts Neues, aber Siege of Kastra ist halt nun mal etwas, worauf viele Leute gewartet haben. Und ich bin auch positiv überrascht, wie das 70 gegen 70 denn so vonstatten geht. Man könnte es auch mit anderen Spielen vergleichen, so à la World of Warcraft, aus Classic-Zeiten. Die Horde rennt. Geht es nämlich los, angreifen, verteidigen, 70 gegen 70 ist ein riesiges und geniales Massaker. Finde ich persönlich. Ich kann mich natürlich an der Stelle nur darüber unterhalten, dass ich selbst ein Magier bin. Das heißt, ich stehe relativ weit hinten, habe gute Flucht und Angriffsmomente. Ich weiß nicht, wie es euch Nahkämpfern geht. Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, was ihr so von Siege of Kastra haltet. und bin relativ zufrieden. Ich habe mir am Anfang wirklich Sorgen gemacht über die Performance, aber siehe da, bis auf ein paar Lex-Bikes, natürlich, wir reden hier nicht um eine super optimierte Fassung, klappt das doch relativ gut an der Stelle. Deswegen, ich hatte da meinen Spaß, man darf viermal am Tag natürlich dort rein, um 13 Uhr, 17 Uhr, 22 Uhr und um 1 Uhr nachts hat man die Chance dann natürlich, wie zu allen anderen PvP-Zeiten, was ich ja total banane finde, leider, muss ich auch wirklich zugeben, aber ist auch wiederum vielleicht auch besser geregelt anhand der Spielerzahlen, die wir haben, dass man halt nun mal sich dort ein bisschen betteln kann. Über die Belohnungen wurden geschimpft, wo ich sagen muss, ja, halb so wild, ich finde die Belohnungen an für sich okay und mir geht es ja auch, wie ihr ja wisst, vielleicht sind ja auch ein paar neue Leute dabei, eigentlich mehr um den Spielspaß und nicht unbedingt immer um so eine Belohnung. Ich meine, ich werde gleich noch einen Punkt über Belohnung und RNG ansprechen, aber für PvP, für Freizeitbeschäftigung finde ich die Belohnung eigentlich okay, Hauptsache es macht Spaß und das 70 gegen 70 hat auch Spaß gemacht. Aber wie gesagt, eure Kommentare, darauf bin ich echt neugierig, was ihr davon jetzt so haltet, vom neuen PvP-Modus. So, kommen wir direkt zum nächsten Part. Ich habe natürlich einige Sachen ausgelassen, ihr müsst verzeihen, ich will es nicht unbedingt so lang machen. Ja, kommen wir zu Dominion Contract und den Capital War. Das sind zwei Themen, die werde ich jetzt erstmal außen vor lassen, weil ich habe jetzt die Zeit noch nicht gefunden, mich damit zu beschäftigen. Ich weiß, es gibt bestimmte Bereichsgebiete und Schlachten, wo man sich drin tummeln kann. Das hat doch etwas mit den Gilden zu tun, so viel vorab. Aber das, was ich hier ganz klar vermeiden möchte in meinen Informationsvideos, ist es einfach, euch Informationen vom Patch vorzulesen, ohne mir selbst ein Bild davon gemacht zu haben. Ich könnte jetzt sagen, ja, hört mal Leute, das ist für mich persönlich super cool, gerade der Capital War. Ich habe keinen blassen Schimmer, genauso wie halt nun mal Dominion Contract. Ist super klasse, müsst ihr auf jeden Fall machen, ist die beste Erweiterung oder so. Nein, in der Hinsicht nicht. Ich meine, wir reden hier auch, wenn es ein alter Content ist, von Sachen, die abgeändert worden sind in der Steam-Version und erst, wenn ich selbst daran teilgenommen habe, werde ich für euch extra nochmal ein Video machen, um mich mit euch darüber zu unterhalten, was es damit auf sich hat, ob es sich lohnt, ob es gut ist oder eher schlecht ist, denn es wird definitiv Änderungen geben zu diesen Modis. Ihr seht es ja, einmal Hieron-Seite, einmal Union-Seite. Wir haben ja hier mehrere Bereiche, die man halt nun mal letztendlich erobern kann. Innerhalb von, ich meine, 40 Minuten oder 45 Minuten müsste so der Zeitfaktor sein. Was ihr mir aber sagen könnt, ist, wenn ihr schon daran teilgenommen habt, wie ihr es dann letztendlich gefunden habt. War super, war es total schlecht, war so lala oder äh, gilt es doof. Schreibt es mir mal rein, würde mich interessieren. Was ich aber auch schon gesehen habe, was ich euch auch mitteilen kann, ist die Belohnung, die man durchaus da bekommen kann. Es ist nämlich auch wieder hier ein Mountskin, was ich auch sehr, sehr schön finde. Hier an der Stelle mal ganz kurz unterbrochen. Alle Links zu allen Themen, die ich jetzt gerade aufzähle, sei es zu den Packs, sei es zu Belohnungen, Mounts, Einhorn und so, alles unten in der Link in der Beschreibung. Mal eben so klein Cut, ist nämlich das schöne Mount als Belohnung ein Pferd. Man könnte auch sagen ein Einhorn, was im Design meiner Meinung nach wirklich gut gelungen ist, aber das ist wiederum hier auch eine Stelle oder in dem Sinne eine Frage des Geschmacks. Geschmäcker sind verschieden. So, und dann gab es natürlich auch eine Menge, Menge, Menge Bugfixes. Ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen. Es wurden so viele gute Sachen verändert und selbstverständlich auch viele andere Sachen, da ist man mal herangegangen. Vielleicht nicht unbedingt an alle Sachen, die ich jetzt so toll finde oder wo ich jetzt sagen würde, das war bestimmt nicht die höchste Priorität, aber wenn ihr mal darauf achtet, hier unten links, ihr seht es, ich habe einen gelben Balken, das ist nur eine Kleinigkeit, wir haben endlich eine Energieanzeige dafür, wie lange wir sprinten können, wie sehr nimmt es ab, wie viel Energie haben wir insgesamt oder wie lange brauche ich, damit meine Energie sich wieder auffüllt, entschuldigt an der Stelle, damit ich wieder weitersprinten kann. Es war so eine wichtige Mechanik oder Eigenschaft, die ich noch so gut gewohnt bin, eigentlich aus der japanischen Version. Gott verdammt, dass wir so lange darauf warten mussten für etwas, was eigentlich schon im Spiel da gewesen ist. Ich meine, endlich haben wir es, besser zu spät als nie, ganz nach dem Motto. Wir haben eine Energieanzeige. Finde ich total cool. Gut, soll es das eigentlich erstmal fürs Erste gewesen sein, wie gesagt, ich möchte euch nicht allzu viel Zeit klauen, es soll ja nicht wieder auf eine halbe Stunde oder so hinauslaufen, ich versuche mich akkord zu halten, möchte ich gerne noch ein paar Themen ansprechen. Eben schon erwähnt über die Limited Edition, dass ich das mit den Packs ganz schön frech finde, alleine unabhängig von den Preisen, dass man das nicht differenzieren konnte, dass man hier auf jeden Fall halt nun mal mit unserem allgemeinen normalen Shop nun mal mit dran teilnehmen konnte, dass man dort die Sachen erwerben kann. Finde ich wirklich, wirklich schade, dass man hier ganz klar sagt, hör mal, nee, du musst auf jeden Fall hier zur Kasse gebeten werden, wenn du Interesse hast an diesen Skins und dann auch limitiert auf ein bestimmtes Datum. Gut, dann einmal natürlich eure Kommentare, eure Nachrichten, die mir natürlich zu Ohren gekommen sind. Ich weiß, es ist ein altes Thema, ein längeres Thema, wo ich kaum drüber gesprochen habe, aber jetzt werde ich es einfach mal erwähnen. Es geht um den Support. Ja, ihr müsst verzeihen, auch der ist sehr krass in die Kritik geraten über die ganze Zeit und anscheinend bessert es sich auch nicht. Ich weiß nicht, was los ist dort im Team Neovitz, vielleicht haben sie nicht genug Manpower, aber der Support ist definitiv mangelhaft aktuell. Ja, bitte achtet auf das Datum, egal wann ihr das Video seht. Es ist der 10. 8. 2018. Vieles kann sich noch ändern. Wir sind in der Early Access Phase, aber ich habe selbst Screenshots gesehen, Gespräche gesehen, wo man sich halt nun mal mit sogenannten, ich sage jetzt mal, GMs unterhalten hat. Das glaubt man gar nicht. Es gibt jetzt noch Leute, die warten jetzt schon seit über einem Monat darauf, dass ihr Ticket überarbeitet oder bearbeitet wird, nicht überarbeitet wird. Und es gibt auch ganz viele Leute, die jetzt schon wochenlang darauf warten, wenn es um kleinste Probleme gibt. Und die Hilfestellungen, die manchmal vom Support hat kommen, die ist jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Ich meine, ich wollte es eigentlich vermeiden, aber wir kennen ja das Support-Thema eigentlich schon aus vielen Spielen, um ein paar Namen zu nennen. Ich hatte ja mal ein riesiges persönliches Problem letztendlich mit Bless, nicht Bless Online, mit Blade & Soul Online. Ich meine, dazu gibt es ja eine Menge, Menge Videos von mir, was ich sehr schade finde, dass dort der Support so inkompetent gewesen ist an der Stelle. Ich meine, es sind auch nur Menschen, die machen auch nur Fehler, aber irgendwann, wenn man dann weitergereicht wird, im Support oder so mega lange Wartezeiten hat, dann ist das ja auch irgendwie so ein bisschen der Kundenservice, der hier zu leiden hat. Und die, die leiden, sind letztendlich wir. Und es geht mir auch gar nicht darum, wenn wir darüber schon reden, dass es hier um ein Spiel geht. Nein, nein, nein. Es geht hier um das allgemeine westliche Verhältnis gegenüber einem Support und in dem Sinne einem Kundenservice, der zur Verfügung steht, wo wir aber dann sagen, nee, hör mal, wir sind da ganz andere Sachen gewohnt. Ich meine, der Stand der Dinge ist ja egal, ob du eine Kaffeemaschine kaufst oder irgendetwas anderes, wenn damit etwas nicht stimmt, dann möchtest du gerne Rücksprache recht haben, einen Kontakt haben, den du anschreiben kannst, der sich in kürzester Zeit meldet und dir beim Problem hilft oder vielleicht sogar dazu beiträgt, dass er sagt, ja, hör mal, pass auf, da ist so viel schief gelaufen. Gib es uns einfach komplett zurück und dann ist das Thema vom Tisch. Versteht aber, ich meine. Der Kundenservice, der Kundendienst ist ein ganz, ganz wichtiges Element, weil es sind die Zwischenleute, die entscheiden, wie die Kommunikation zwischen Spieler und Entwickler dann aussehen. Diese Zwischenleute, diese GMs oder wie man sie jetzt immer schimpfen möchte, die, ja, werfen halt nun mal letztendlich, ja, kein, kein, ja, geben kein gutes Bild ab, sagen wir es mal so. Was ich sehr schade finde. Nun gut, eben kurz die Spielerzahlen. Wir sind aktuell in einem Hype. Vielen Leuten gefällt die Assassinenklasse sehr, sehr gut. Mir persönlich auch. Deswegen, ich freue mich gerade, dass ich ein bisschen Zeit aufwenden kann und auch wieder Motivation habe, mich mit Bless zu beschäftigen. Deswegen sind die Spielerzahlen aktuell gestiegen. Aber wir waren in den letzten Wochen schon in einem sehr kritischen Bereich, meiner persönlichen Meinung her. Wir sind unter die 2000 Leute gefallen. Und wir bewegen uns nach wie vor leider in einem Trend, ne, mit einem, mit einem Anstieg, dass immer mehr Spieler halt nun mal abhauen. Und so war es auch nach wie vor. Die Leute kommen, gucken, was hat sich verändert. Und wenn sich nicht die richtigen Sachen verändert haben, dann gehen die Spieler auch wieder. Und das ist eigentlich so mein allgemeines Kopfzerbrechen, was ich ja seit Beginn von Bless Online in mir trage, was ja auch dafür gesorgt hat, dass ich so bitterlich enttäuscht gewesen bin über das Spiel, obwohl ich nach wie vor sage, das Spiel hat Potenzial, ist die Entwicklung des Spiels. Wir haben uns über den Support unterhalten, wir haben uns über die Spielerzahlen unterhalten, aber im Großen und Ganzen liegt es immer noch nach wie vor an denselben Problemen. Und da weiß ich nicht, warum ändert sich nicht gravierend etwas? Ist es zu schwer? Fehlt einfach die Manpower? Zum Beispiel das Thema Performance. Es gibt so viele Leute, die sich so sehr darüber beschweren, dass dieses Spiel nicht so rund läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Und ich kann es komplett nachvollziehen. Ja, wir reden hier oder ihr schaut gerade jemanden zu, der jede Stunde quasi gesehen das Spiel neu starten muss, damit er in diesen Spielgenuss kommt von Bless Online. Und das ist eigentlich im heutigen Stand der Dinge, 2018 ist es eigentlich ein Unding, auch wenn in einem Spiel Early Access ist, dass es so schlecht ist. Es ist ja einfach nur schade. Und unabhängig von anderen Themen hat ja Bless oder in der Hinsicht auch Neowitz viele, viele gravierende und schwerwiegende Fehler sich letztendlich geleistet. Das muss man einfach so sagen. Es tut mir leid. und bin aber der Meinung, dass man hier noch die Chance hat, einiges zu retten. Ich meine, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann sollte man vielleicht mal versuchen, das Kind zu retten, bevor es ertrinkt, versteht ihr? Deswegen, warum müssen wir jetzt schon seit über zweieinhalb Monaten nach wie vor darauf warten, dass irgendetwas an der Performance geändert wird? Was sind die Gründe? Ich meine, Vermutungen und Spekulationen gibt es darüber natürlich selbstverständlich eine Menge und das ist aber alles, darauf möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. Aber es ist ein schönes Spiel, bei mir läuft es jetzt auch schon einigermaßen besser, seitdem ich mir die neue SSD-Festplatte dazu geholt habe. Es war wirklich eine Bereicherung für mich um ein System an der Stelle, sodass ich jetzt schon einen wirklich schönen Spielgenuss habe. Aber die Performance, das ist etwas, worauf sehr, sehr viele Leute warten. Viele Leute geht es tierisch, natürlich, ich sag jetzt mal, ja, in dem Sinne stört es einfach viele Leute, um nicht ausfallen zu werden, was die Balance angeht zwischen den Klassen. Viele Leute haben sich sehr gewünscht, dass es hier ein gutes PvP-Spiel wird und so viele Leute haben aufgehört, weil die Balance natürlich noch nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Da muss man aber auch einfach Neovitz in Schutz nehmen, an der Stelle. wenn man ein komplett neues Kampfsystem entwickelt und in dem Sinne auch probiert, dann kann man zwar sagen, Neovitz, pass auf, du hast halt Kacke gebaut, wir hatten keine Beta-Server, wir konnten das vorher nicht testen, ihr habt es selbst nicht getestet und jetzt leben wir mit dem Salat und wir müssen euch Feedback geben, was zu stark oder zu schwach ist nach dem Motto. Aber jetzt, da wir in dieser Situation sind und wir reden ja auch nach wie vor immer noch über Early Access, ist es halt nun mal so, dass man auch hier sagen muss, da braucht einfach ein bisschen Zeit. Es ist halt nun mal so. Jetzt ist der Assassine da, der Assassine muss angepasst werden. Wir werden sehen, wie stark der Assassine ist. Schreibt es ihm bitte in die Kommentare. Für Leute, die jetzt sich schon mehrere Tage mit dem Assassinen beschäftigt haben, auf Max Level, ist er wirklich so OP, wie er zu sein scheint, was ich gelesen habe. Oder sagt ihr, nö, da ist noch alles im grünen Bereich. Das ist nicht so wie in League of Legends. Da kommt ein neuer Held rein und du rasierst fünf Mann alleine. Ja, als Beispiel. So, ähm, gibt es, äh, ja, einfach nun mal die Tatsache, dass es rund laufen muss. Ich weiß, dass sehr viele Leute auch von euch es nach wie vor mit den neuen Dropchancen und Co. es sehr kritisieren, dass sich mit dem RNG-System oder mit diesem Glücksfaktor, ob etwas droppt oder mit dem allgemeinen Runensystem, es nach wie vor einfach die Hölle ist. Es geht ja nicht hier um, ich sag jetzt mal, irgendeinen Zeitaufwand, den du definitiv bewältigen musst, um halt nun mal zu 100% an irgendeinem Gegenstand ranzukommen. Aber die Möglichkeit haben wir ja noch nicht mal. Ich könnte es ja verstehen, wenn wir zum Beispiel in den Shop reingehen würden und mit unseren Dungeon Points, egal wie viele es wären, ja, an Equip dran kommen würden, was uns auch wirklich etwas bringt. Ja, aber ich zum Beispiel als Magier eine Rune zu erhalten auf einen Stoff-Item, wo dann draufsteht, Vitalität und Block, der Magier kann nicht blocken, vergesst es. Es bringt einfach absolut nichts. Und warum man hier immer noch nach wie vor an diesem System festhält, kann ich euch auch verstehen und es ärgert mich persönlich auch sehr, dass man hier nicht einfach mal in Schlussstrich zieht. Wie lange müssen wir noch warten? Wirklich bis zum offiziellen Release, wenn Early Access vorbei ist? Warum geht man nicht ran und sagt jetzt, okay, pass auf, die Items werden jetzt gestrichen? Warum lässt man uns auf einer gewissen Art und Weise, einer sadistischen Art und Weise so aggressiv Pharma-Rama betreiben, wo Leute wirklich dem Spiel den Rücken zukehren, weil sie sagen, hör mal, ich hab jetzt das zehnte Mal ausprobiert mit sehr vielen Materialien, meine Waffe von plus 9 auf plus 10 hochzuplussen oder suchen in den Instanzen tagtäglich nach Equip und verlieren die Lust daran, weil einfach dieses RNG so richtig blöde ist. Es ist schade. Es ist schade, aber wir müssen uns gedulden und gucken, was passiert. Wie gesagt, auch bei der ganzen Kritik, die ich jetzt schon wieder geäußert habe, weil sich halt nun mal die Sachen in der ganzen Zeit seit dem letzten Video nicht geändert haben, so ist es halt nun mal einfach, dass es ein super schönes Spiel ist, nach wie vor. Ich finde es grafisch gesehen einfach toll, auch wenn es so lange schon in der Entwicklung ist. Mir macht es Spaß, ich weiß auch, sehr viele Leute von euch kritisieren das, aber es macht Spaß. Und das ist es einfach und ich würde mir sehr wünschen, wenn Neo wir zum Blaster vielleicht doch noch mal irgendwann mal im Laufe der Zeit endlich mal etwas drehen. Gerade an dem RNG-System, an dem allgemeinen RUN-System, an der Performance und natürlich für euch Leute, die da draußen viele Tickets geschrieben haben, euch wünsche ich auch, dass der Support sich je nachdem auch ein bisschen ändert. So, dann natürlich ein Thema, wo draufhin gebeten worden ist, das letzte Thema, auch an der Stelle. mir ist es selbst zu Ohren gekommen und habe auch nachrecherchiert und mir das auch mal ein bisschen angeguckt, was dort eigentlich vorgefallen ist. Es wurde bestätigt, dass einige Spieler selbst im Livestream Drittprogramme genutzt haben, um halt nun mal zu botten. Ja, in dem Sinne, man hat ein Bot benutzt, ein Computerprogramm, was dann gesagt hat, der Charakter bewegt sich, sag ich jetzt mal, zum Beispiel von A nach B, um dort halt nun mal letztendlich die Gegner umzuhauen, diese zu plündern, so dass man nicht am PC sein musste, an der Stelle. Ja, und das große Problem ist einfach gewesen, dass natürlich jetzt über mehrere Wochen diese Spieler das natürlich aggressiv genutzt haben und diese Leute wurden jetzt schon seit einiger Zeit reportet und man hat am Anfang gedacht, dass halt natürlich Neo-Witz hier nichts unternimmt, das hat man ihnen vorgeworfen. Letztendlich hat man etwas unternommen. Und die Angaben sind jetzt ohne Gewehr, aber ihr könnt es selbst gerne mal nachrecherchieren. Das, was ich gesehen habe anhand der Screenshots und allem anderen, die Spieler, die Drittprogramme genutzt haben, um sich einen Vorteil zu verschaffen gegenüber anderen Spielern und das Thema ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir darüber reden, die wurden jetzt mit einem Drei-Tage-Bann bestraft. Und da habe ich auch einfach nur ein riesiges großes Fragezeichen über den Kopf, wo ich dann sage, Neo-Witz, sag mal, was macht ihr eigentlich Leute? Ihr vergrault damit weiterhin Spieler. Es kann nicht sein, dass irgendjemand cheatet, Bugs ausnutzt oder Glitches oder irgendetwas anderes oder Drittprogramme, um sich einen Vorteil zu verschaffen gegenüber anderen Spielern, die hier in größter Hitze wahrscheinlich vor dem PC sitzen, genauso schwitzen wie ich, um hier irgendwie weiterzukommen, am Progress mit zu feilen. und die verschaffen sich einfach einen Vorteil, weil sie ein Programm installieren. So ein Motto ist mir doch egal. Und dann kommt das Punishment, die Bestrafung mit einem Drei-Tage-Bann. Also da muss ich dann auch sagen, nee, sorry, das geht einfach nicht. Warum der Neo-Witz da nicht durchgreift, das verstehe ich leider dann an der Stelle auch nicht. Und da würde es mich auch interessieren, was ihr davon haltet, denn ich denke mal, es wird einige Leute da draußen geben, die die Meinung mit mir teilen, dass ich einfach ganz klar sage, wenn jemand wirklich ein Drittprogramm nutzt oder bottet oder überhaupt irgendetwas anderes, zum Beispiel China Goldfarmer, Blablub, da gehört der Account einfach permanent gebannt. Da kann man sich auch gerne einen zweiten Steam-Account kaufen, aus den Fehlern kaufen, in dem sie nachstellen, das Spiel neu kaufen. Und man lernt aus den Fehlern und man ist auf die Nase gefallen, denn mit einem Drei-Tage-Bann bin ich der Meinung, ja, das ist nicht okay. Das ist nicht richtig, ja, an der Stelle. Das ist einfach nicht richtig. Da hätte ich auch selbst mehr erwartet. Natürlich werden wir hier an der Stelle niemals irgendwie ein offizielles, persönliches Statement höchstwahrscheinlich bekommen, gerade zum Thema, zum Thema jetzt mit der letzten Bann-Geschichte. Das hat Neowitz noch nie gemacht. Alleine der Informationsfluss von Neowitz ist ja, ich sag mal, eher bescheiden. Die ganzen Patches, die jetzt gekommen sind, die einen Tag verschoben worden sind, ohne irgendetwas zu sagen, aus welchen Gründen, ja, der Kommunikationsfluss ist jetzt nicht so, wie man es eigentlich gerne sich wünschen würde von einem guten Publisher. Aber, naja, lassen wir uns überraschen und warten wir erstmal in aller Ruhe ab. Ich bin im Laufe der Zeit jetzt mit vielen Sachen sehr zufrieden. Es ändert sich etwas. aber nach wie vor bin ich bei manchen Sachen natürlich wiederum sehr skeptisch. Und wir werden sehen, ich werde euch auf dem Laufenden halten, genauso die Themen, die ich jetzt ausgelassen habe. Ihr werdet noch mehr Videomaterial bekommen. Erstmal werde ich mich um den Assassinen kümmern. Es ist eine sehr, sehr coole Klasse. Darüber werden wir uns auch in Zukunft nochmal unterhalten und wünsche euch an der Stelle einfach noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß beim Spielen. Dankeschön, dass ihr zugeguckt habt und würde euch gerne das nächste Mal wieder erneut begrüßen zu Bless Online. Bis dahin.